ich will wo kann ich das nicht aufgeben Fabius so dumm wenn das ist so gefährlich dass die Scheiße ich habe zu lange gechillt das ist mein ganzes Getreide weg mann alle Kawaal der Kacki Schatten warum weil ich weiß es verschwunden hat jemand aufgehoben von euch nie oder nenn ich will zu tun so soll das eine von euch aufheben das ist das hier Scheiß soll Folz reicht es mir vorhin die Dächlein Scheiß reicht mir nicht und dann brauche ich noch ein bisschen was ist passiert und ist bei mir ist alles rot geworden das ist und ist der Tod bei mir ist es fällig ein bisschen Holz dabei dass wir nicht mehr etwas und das ist ein paar 20 Treffer und du brauchst Moja das Händler da ja auch noch 20 Prozent der Kirche Schöpfung denke alle die will ich nicht die will ich nicht das sind Berater denn die sind aber im grünen die sind Berater mir haben sie sehen anders aus ich nehme die die 14 Stück nehmen und einfach alles er hat er hat in den linken Ofen reiner mit dir was auch so okay ich mache sie rein links oder er hat er er wird er bringt sich immer durch mein Konzept man nur das Konzept er hat es gibt sich noch kein Konzept das nicht ausfragen nein 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 und wenn ich das nicht kommen hier auf die Idee weil ich glaube es wird Klaas das stellen Prozent das verstehe ich jetzt nicht dass die Proben Abmahnung weil die Sämme die Sämme da ist die alte Grafik das ist ja komisch und dann haben wir geschlafen was die gespeichert theoretisch ja aber wir werden es gleich ausprobieren ich werde die ganze Erde jetzt ich glaube das Problem bei Sascha ist dass er das sei überall geschlafen hat nur nicht zuhause ich glaube so ne also ich glaube eher dass du zu oft schreibst beim Schlafen das kann auch sein wenn man zu oft schreibt beim Schlafen dann wird Minecraft gefickt und wenn man zu schnell auf ein Verdrückter dann wird man rausgeschmissen das ist ja schon mal passiert oder das ist einfach nur Kamer das ist auch eine gute Möglichkeit Kramer oder Aura Aura Schicksal oder Opfer das ist ein Schicksal Prozent ich weiß schon ich weiß dass es mehr viele aber viele feiern das auch genau so wie frische Melone wir haben wir haben es in den Augen mehr und die Spiele ist weg der Nummer warum ja ich dachte ich kann sie behalten ist ausgezogen keine mitbezahlt Prozent naja das ist ja drei Jahre das ist ja traurig also das sind ich habe ich mir schöner vorgestellt ach du stellst du manchmal was vor ich dachte man kann sie behalten als Haustier ach du denkst naja also also das ist mir auch neu schade dass sie weg ist oder naja da um die ich habe eine kleine Aufnahme das bleibt wahrscheinlich gut als nächstes bräuchte ich einen getöteten in den Endermann aber das ist nicht einfach dazu bräuchte ich euch ich habe es nicht allein aber schon noch nie geschafft echt ich habe ich meine Rüstung ist weg ich habe keine Rüstung nur Rüstung okay Digga ich würde sagen wir machen jetzt eine fette Action und dann kommen wir gleich zu dir warte kurz noch meinen letzten Samen aussehen kann er und wo ein Bogen ich habe einmal mehr und das reicht auch ganz mehr entgegen im Keller wo bist du hier im Keller ich bin so ein Bogen da sind welche Bogen in den Bogen wo VB VB also aus der Rastoffe der Bäume bei dir am Start ich kann es hier auf dem Dach ganz viele Bäume waren es sehr geile die Galausen ganz viele ja mehr durch vier Stück zum Beispiel bei den Seiten an den Ecken Worte ich bringe die Wäume Boni nichts haben Bogen schade ich hab ein vielleicht habe ich mir erst mal hey Luigi mit dem Gericht in die Hintergrund und ein ganz oft Fall nö kein einzigen und kann schon noch welche machen da gibt es ganz viele ich habe muss noch machen das schon bist du ich bin hier oben wo in diesem Gebäude welchen sympathischen sympathisch welches um was Braschen ich wollte ich hier so zwei Bäume und bei uns also genau an den Seiten bringen es kommt darauf anrufen kommt ich auch so also Feuerstein Tieder und Stick ja das ging um jeden Fall anordnen einfach oben Vorstellmitte Holz und Leer aber also Treppenfall bis es kommt nicht zu mir hoch ne habe ich nicht scheiße mann weil ich bin schon so hoch du bist echt so ne äh so und so ein Dorf Trottelmann du echt ja natürlich du ich bin ja und wir haben ein Dorf na und bis auf der Trottel Prozent recht dass das wäre das verletzt meine Gefühle ich brauche ich auch riesig Beute was er ist so ich will treten da ist und du machst mir so blöd an ich mach sie nicht blöd an ich öffne dir deine Augen ich brauche auch so schön so schön so schön ich brauche ich komme auch mit ganz viel Ado mit Treppenweger macht man kein Stress ich mache keinen Stress wenn man kein Spaß was cool wäre in deinem Ding ein richtig coolen Aufzug zu installieren aber Pau ich wollte seitlich so zweiter Terrasse machen für die für die Bäume der Mittwoch ist und rupf ich einfach weiter doch die Scherblüt aber was recht Prozent für die Erlacht weil es nicht einmal ist 1 2 3 1 2 3 Sascha wo wirst du die Bäume hinhaben M Entweder Dach aber das sieht man die nicht wenn wir so Terrasse machen extra für Bäume seitlich wenn du es schick aus den Besuchungen wo so Terrasse entstehen möchte kurz helfen okay ich nicht nicht hier oben können wir machen und hier gleich hier aber seit die Jungs wo seid ihr auf dem Turm das soll einfach der Rasse sei für die Bäume damit man sich für Bäume das wäre geil weißt du ganz oben aus dem ganz hohen Turm oder was da kann man um unter springen das ist geil Körbe Hüfte ist okay da mache ich hier weiter und das wird so ein Eingang sein hier wo es war so ein bisschen schöner wie du und gibt das ist bereits abgebaut oder o und 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 viele Bäume müssen so am Rand oder wir haben heute das ist das egal aber wachsen die auch ja ja muss es erwarten werden die auch größer weil ich glaube nur ganz andere Seite man so ist in die Nichts okay wollte ich nur wissen auf jeden Fall wird es freig sein und von dort kann man springen jetzt kann ich nur jetzt ein Deckel gleich machen Decker Deckel die die Decke ich werde noch bis ganz hoch machen aus der Welt die ganze Erde verbraucht aber wird okay ich bin okay in Köln in der Zeit das war ja die Folge bei von South Park so ein Eck dort beigte dort South Park es ist vor Ort da ist das toll Park so die Welt muss man auch die Leute da ist die Folge als sie im Park sie er hat sie in der Zeit naja haben wir aber ich hab doch Zauber bei Pro ob ich gewusst hätte wie die Hörner Babel die Sitzung aus und euch kommt den Korn runter zum hatten auch noch machen ja klar ich ich komme nicht unterbrechen muss nur die ganze Erde verbrauchen ich habe auch das ist nicht ist nicht viel bis nicht so machen der Achtung sondern wenig was sich wieder dabei hat Digger sehr viel alles voll mit Erde als Sohn das ist nicht mehr das ist das und so auch zu machen oder mehr klar ich kann ja auch noch eine Aufnahme kann ich auch ohne ruhig machen und dann brauchst du bist der offizielle Abwicklung Skeletons ich habe schon 10.000 Mal die Frage die auf der Karte da eigentlich kann sie sind verbinden und zu dem Turm oder nein das zu klären aber ich habe übrigens auch kommen heute wieder und zwar von aber ich habe die vom letzten Mal und ich habe vorgelesen von Schaldi 11 die mal lernen sich wichtig Kripo zu töten dann darfst du nicht ständig so nach vorne dass er explodiert naja du unterschätzen den Schlag der Reichweite was die Schlag Reichweite um was soll ich dazu sagen ja ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich sie ich lerne ich lerne das Sascha von dem Rundfunk welche ich muss es nur mehr machen so runter die Welt braucht uns er ist ihm ja für andermann müssen ein andermann tüten oder was wurde der wird mich doch auseinanderbund ja aber zu dritt ich habe mir das meinst du war aber kann ich nur die das zu Ende bauen sonst übernommen lassen ich bin unter nein das ist so schön ich kann nicht ich bin ich komme auch um mich um das ist doch gemein jetzt komm schon jeder Mann der nicht haben muss fühlen die 20 Minuten ich habe auch auf die Götter 20 Minuten du hast gar nicht auf uns gewartet Klammer zum hoch wo ich habe noch einen Kommentar für Sascha ich komme auch Sascha wo auch auf der Fall der Fall ist ich verliere sonst alles bringt und sagt nur seit dem was man richtig groß ist am Ruf all ja ich werde ich nicht bis zu den Wiener Esel ich muss nur nun und ist dort weil ich nicht nur der den Geraden und gebrochen gegen die nötig muss man die nötig bis zu der Falle die Tegel du kommst hoch mit einer Rüstung fahrrad ist es so gut wie du ihn abknallt er aber in der Hälfte ist er aufbauen ich muss mein Dach zu Ende bauen das ist doch gemein ich hab gleich seit ich einst du bist mein Dach ich kann mich nicht kontrollieren und ich bin so ein Scheiß ich muss das machen ist wie sie AHH SHIT NAAIN du hast mich getötet und wo bist du jetzt? und wo bin ich jetzt? ich bin nicht zu Hause Jungs HAHAHAHA HAHAHAHA nein Gefalle ja schau die Zuschauer sind Zeugen dass ich nichts dafür kann dass ich immer ja aber wo bist du Digger? ich bin da wo ich weim Schnee scheiß Schnee war nicht weiß nein klar war kein Scheiß ich weine nicht ich gehs nach Hause schon wieder und ich ooo das sind ja ganz neu neue Bäume sind ja gewachsen die sind ja groß geworden hast du vermisst oder? ja jetzt werde ich noch von einer Spinne in den Arsch gebissen das ist mein Leben alter Opfer Aura aller ja aber Bruder warum bist du nicht bei uns zu Hause? Hahahaha was schon vor kurz vor nicht geschlafen LL anscheinend nicht elektrisch wird die Hälfte als er hat er bei dieser Frage nicht mehr Antwort weil es mir zu viel ist hast du zu Hause geschlafen nein ich habe zu Hause geschafft ich bin gleich hochgelaufen und habe versucht ein Gebäude zu bauen aber vielleicht müssen wir alle zusammen schlafen ja klar alles klar ich lag im Bett und habe auf euch zwei gewartet die ganze ich musste eine Aufnahme machen Mann das war voll wichtig und ich musste ein Gebäude bauen trotzdem wurde ich abgeknallt ich wurde runtergeschossen das war ein Anschlag und das war der Schakal 2 in der Busse in der Fall die Funktion zum See was du versuchst du mit mir sehr etwas herauszureden nein aber ich dachte nicht dass du ähm stirbst bei einem Schuss naja der Tod gehört zum Leben wir haben zwei Endermans ich kann es nicht nur mit zwei aufnehmen nehmen mit zwei kann ich es echt nicht aufnehmen wo bist du denn mann ja ich war unten weg wo bist du ja hier bei dem Glas okay dann komme ich hin ich bin nicht weit weg von dir siehst du mich nicht nur auf der anderen Insel ich habe ein bisschen die Erde aufsammeln doch das sind zwei Endermans boah hier ist es viel Mann hier ist viel nicht nur zwei Endermans hier ist alles dir soll ich dir helfen wir können ja ein bisschen Action schieben wenn du willst okay und Action ja schön versteht jemand hier die Logik Leute der Kürtel alle 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 ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ja schön ich bin und es müssen sie auch würde ich gerne wenn die übernicht kommen doch zu hause man Kompos zu Hause Köln kommt zu Hause Prozent muss ich für Anfänger aber ich bin es ja erst zu einem Mann hier in die Boh hier zwei Stück Warte lassen ich kurz was essen okay und diesen noch diesen noch tüten ja genau aua 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 okay komm lass uns den ersten nehmen ja hört auf mich der ist schon verschwunden so schnell uh ja eine Kerze wo ist der? die hauen beide ab ah da ist noch einer da ah der ist jetzt weg und hier ist wieder der erste und da war dieses Loch okay oh Dien jetzt geht's ab jetzt geht's ab wow um okay und die einen Kriegen bekommen hier ist einer auf ein Kriege n wo er so zu anderen Ufer auch Korn paar Schuss nicht machen er muss jetzt das ist ein dieser Mütter Schaden auf die Füße die immer auf die Füße nicht auf mich nicht auf mich nicht auf mich ich habe ein Scheißen Mann es war keine gute Aufnahme ich bin gerade gestorben warum haben wir haben ich konnte ein also wenn ihr gut gehört keine Sorge ich bin voll gechillt alles super naja la 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 ist kaum gleich wo gleich nachsohärer diese Betangelegenheit lernen langsam macht mir wirklich kein Spaß mit 10 Jahren auch für die Morp ja ich bin unterwegs man und ich und ich schreibe diesmal nichts mehr schreiben ja schreiben ich schreibe nichts mehr mehr sein sein und spammen meinte das war doch nicht spammen das war also mir hat Spaß gemacht hier geht's voll ab mann Jungs ja ich muss abbauen unter dem Meer oh man ich hab keine Waffe und ich auch nicht ich muss abbauen mein Herzen gehen am Arsch